Drama in Karlsruhe Person von Straßenbahn tödlich überrollt Nach ersten Informationen wurde in Karlsruhe im Stadtteil Haxfeld eine Person tödlich von einer Straßenbahn erfasst. Heute am Dienstag gegen 7 Uhr an der Haltestelle Fächerbad, kam es zu einem tödlichen Unfall. Ein Fußgänger wurde auf den Gleisen aus unbekannten Gründen von einer Bahn erfasst und unter der Straßenbahn eingeklemmt. Es kam zu einem Großeinsatz, auch die VBK rückte an mit speziellem Hilfsmitteln. Doch jede Hilfe kam zu spät, der Mann war an der Unfallstelle verstorben. Die Lokführerin musste dabei psychologisch betreut werden, sie wurde vom Dienst freigestellt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.